Moin moin liebe Leutchen, da sind wir wieder mit Reft und mit dabei ist wieder die Elen, die Karin und der Silbi, hallo! Hallihallo ihr Lieben! Hallo! Hallo! Und natürlich ein Dankeschön gleich zum Anfang fürs Einschalten, Reinschauen bei Reft hier zwischen den Streams. So, es sind schon wieder ein paar Tage vergangen, natürlich. Wir haben fast die halbe Insel schon abgegrast hier. Ja, jetzt ist bloß noch das Krankenhaus über und das Bürgermeisterhaus. Das müssen wir jetzt hier noch plündern und ein paar einzelne Wohnwagen bis dann sind wir hier kommen. Jetzt haben wir bloß noch das Krankenhaus vor uns. Hoffentlich bleibe ich hier nicht da, im Krankenhaus. Hoffentlich komme ich hier wieder zurück. Elbi ist schon am Erkunden. Guck mal, hier das ist der Warteraum. Halt nicht runter da. So, dann viel Spaß, liebe Leutchen. Äh, ja, ein grünes Kreuz, okay. Guck mal. Wie war das, du kleine Fliege, wenn ich dich kriege? Mit Salbe draufgeschmiert, da hast du deine Salbe. Ja, Heilsalbe. Ja, dann pack mal ein. Hä, wie du die trägst. Hier ist noch welche. Hier ist noch welche. Äh. So. Mal hier hoch, was gibt's hier noch? Gibt's da was drin, ne? Ja, da war der Schlüssel für den Bürgermeister. Schlüssel benutzen. Wer hat den Schlüssel? Den haben wir alle. Höher. Dein Stockwerk höher. Was machst du da, Silvi? Wem wolltest du denn? Ihr habt was, ihr findet. Wo seid ihr denn? Na hier. Oh Gott, nimm doch mal die Maske runter. Hier, da kann ich nochmal Salbe einschmieren und mitnehmen. Und eine Werkzeugkiste steht da. Ja, Heilsalbe. Was war gelangt? Die Heilsalbe, die sollte Kuno mit einsameln. Hier ist eine Kiste aufnehmen, hab sie. Wo ist denn der Schlüssel? In meiner Hosentasche. Harin hat den Schlüssel. Ja, oh, mir hilft die Karin. Wie bist du da reingekommen, ohne den anderen Schlüssel? Durchs Fenster Kuno. Ich hatte einen ganz langen Arm. So, was? Und hat sich ganz schmal gemacht. Ja, hier kann ich glaube ich nichts mehr finden. So, dann müssen wir hier wieder zurück. Und dann müssen wir jetzt, sagen wir jetzt zur Seilbahn und dann ein Bürgermeisterhaus. Und ich habe schon mal durch. Verschiedene Heilseil. Oh, hier sind Wunderkerzen. Was, Wunderkerzen? Ja. Wie kommen wir da hin? Wie seid ihr denn da hingekommen? Na, hier oben. Ja, wie denn? Mit der Seilrutsche? Hä? Den steht. Ach so, da. Oh. Seilbahn frei. Juhu. Oh, muss man oben aber nicht runterfüllen, ey, dabei. Das ist schon alles heiliges an Bild. Ist nix. Wie, hier ist nix. Hier waren wir doch schon ein paar Mal. Hier konnte man noch gar nicht wissen. Hier geht es doch ein Seilbahn. Doch. Hier waren wir. Hier konnten wir auf dem Seil rüberlaufen. Dann kommen die nächsten Sachen dann jetzt hier drüben erst. Ein Bürgermesser aus. Der ist dann drüben. Juhu. Ah, ah, ah. Oh, vorgehende Wand geklatscht. Oh, no. Ich muss das wieder richtig ausleben. Und es wird dunkel. Oh, ich sehe was auf dem Tisch leuchten. Ja. Der Hut. Der Hut. Wer möchte den einsammeln? Wo sind Silby jetzt schon wieder? Wer möchte den Hut einsammeln? Ich, nee, ich möchte den Kapitän. Oh, ich hab nen Hut. So, wer hat jetzt den Schlüssel? Oh. Wer hat da irgendwas angesammelt? Ich nicht, ich hab nur den Hut. Ihr habt nen Bauplan gehabt. Da ist ein Bauplan. Da ist jetzt ein Bauplan. In der Kiste. Noch was? Der Motor. Kontrollpunkt. Pumpe. Punkt? Was? Das ist, damit ich selber die Motoren starten und ausmachen kann. Wer hat jetzt den Bauplan von der Batterie zum Bauen? Im Laden? Ladegerät. Ladegerät. Da. Wo ist er denn, der Kuno? Da. Hast du? Da. Gut. Und haben wir jetzt die neuen Zahlen bekommen? Notiz? Ja. Haben wir gekriegt. Aber wir haben noch nicht alle Sachen gefunden. Wart ihr da oben hoch? Wart ihr hier oben auf der Barriere? Ja, ich war da, aber da war nichts. Ja, ja, da hab ich Koffer gefunden. Ach, da hast du den Koffer schon mitgenommen. Weil ich wollte nämlich gucken, da war nichts. So, liebe Leute, jetzt haben wir nur noch zwei bis drei Wohnwagen. Und zwar sind das die hier drüben. Und dann auf der anderen Seite nochmal irgendwie was. Wieder schön dunkel. Ich bin schon drüben. Wo? Wohnwagen. Da war doch noch eine Rutsche. Hier geht's zurück. Aber da war doch noch eine Rutsche. Ja, ja. Ja. Dürfen wir da rein? Das sind doch zwei Dinger. Zwei Rutschen. Ja, eine geht hoch, eine geht runter. Die sind auf der anderen Seite gerutscht. Die sind wieder zurückgerutscht. Also zumindest Silby. Oh ja, dann machen wir den leer. Kopfbrühe. Ja, ich hab eine Puffy-Suppe. Das ist übelst stockenfinster hier. Ich bin zurück. Stimmt. Da war eine Puffy-Kopf-Suppe drinne. Warum noch mehr? Wie die die haben? Nee. Guck mal, da. Ja, guck mal. Ja, schön. Mh, guck mal, wie die Augen rausquillen. Ja. Mh. Mh. Toll. Nach hoch. Die Mütze haben wir noch nicht hier von der Kapitänsmütze, ne? Die gibt's auch hier nicht. Ach so, die war woanders. Hier geht's nochmal höher. Oh, es knarrt. Woran das wohl liegt? Am zu schweren Kuno. Ja. So, in welche Richtung gehen wir denn jetzt zurück? Da? Jetzt seid ihr ganz zurück. Gibt da drüben noch einen Wohnwagen. Da unten drüben, da war ich schon von oben runtergefallen. Hä? Der so komisch, der so komisch an der, an der Seite hängt, ne? Oh. Oh, der lange Weg war schöner zu rutschen. Hat mir Spaß gemacht. Ich geh mich mal kurz leer machen. Hier waren wir, glaub ich, noch nicht. Hier. Ich glaub, hier drüben müssen wir noch rüber. Genau. Hier ist mir, glaub ich, noch alles voll. Oh, fast runtergefallen, ey. Da seid ihr. Ich steh euch. Ist das schon wieder finster? Ja. Hier ist alles leer. So ist denn jetzt hier leer? Warum ist denn leer? Geht da noch ne Kiste drauf? Keine Kiste, sah nur so aus. Ich hab die Stelle zum Buddeln. Ich bin gleich da, Karin. Ich muss bloß einmal mich leer machen. Ja, kein Problem. Kein Platz mehr im Inventar gehabt. Das ist, bevor man zum Turm geht. Man muss ziemlich weit wieder nach oben. Da drüben steht auch ne Kiste auf dem Dach. Holen wir auch noch den Bauplan unter Wasser? Wissen wir die Silby? Waren wir schon. Ja, waren wir schon. Wir müssen bloß da noch das looten. Das haben wir noch nicht alles gelootet. Also heißt nochmal da hoch, dann zurück und da rüber. Ich rolle mal hoch. Na toll. Wieder runtergerutscht. Also die Sicht ist sehr beschränkt. Nein, jetzt bin ich runtergefallen. Das ist nicht gut. Ah, jetzt sind weiter. Aber hier bin ich verkehrt. Nicht verkehrt. Hier hoch. Hier rein. Fahr raus. Geht's nicht raus. Hör! Ach, da bin ich runtergefallen. Oh Gott. Meine Güte. Ich hab hier ne kaputte Leiter. Genau wo das Holz aufhört. Koffer. Koffer. Oha. Also Scharniere brauchen wir erstmal ne Weile nicht mehr. Wir haben jetzt schon drei Stacks Scharniere. Macht der nicht so laut. So, und hier noch? Ja, hier seid ihr. Bin ich doch hier oben schon wieder, ne? Ja, ich auch hier. Oh, da drüben sind noch Bienchen. Hä? Hä? Da ist das Dach. Hier muss ich hin. Hier muss ich runter. Da haben wir noch ne Kiste, Leute. Juhu! Oh, fast so weit gesprungen, ey. Eine Riesenkiste hab ich hier. Wo ist sie denn jetzt schon wieder? Glasbalken. Ich will erstmal die Schnelle suchen. Ei, ei, ei. Ich hab einen Titan gekriegt. Ist doch hier runtergefallen. Hä? Ist das hier weiter? Hm. Ich hab einfach nur die Leiter hochgehen müssen. Oh, Brand. Da drüben bist du. Ja. Hallo, Dodo. Abkürzung. Aber es hier ist alles leer. Da war nur noch die Kiste oben auf dem Dach. Okay. Da wollte ich wieder weniger, ne? Was versteckt auf dem Sims-Onko. Hm. Hab's ja. Ja, komm. Genau unter mir. In ne Wand drinne. Mhm. Ist da noch einen drinne? Oh, ein Bild. Gibt's hier nur den Weg mit der kaputten Brücke? Da drüben bin ich da. Nee, aber hier ist nichts mehr. Hab's ja nicht noch einen anderen Weg? Hallo, Dodo. Renn doch nicht weg. Weg ist er. Da drüben, war Karin? Auf der, auf dem, auf der Clemeni-Insel da drüben, wo die Rakete gelandet war. Ja, genau. Da ist, glaub ich, noch eine. Würde jedenfalls Sinn machen. Dann spring ich schon mal ins Wasser. Ich warte dort auf dich. Okay. Ah, da waren wir auch schon gewesen. Ja, mach das. So, liebe Leute. Ich glaube, wir haben wohl alles soweit durchkämpft hier. Wir sind wohl hier fertig. Schauen wir nochmal rüber zum Bürgermeister. Gucken. Oh. Der hat fast vor der Wand geklatscht. So. Komm da nicht rüber. Ja, wir haben ein bisschen Glitschen an der Wand. Juhu. Geht bei mir nicht. Ich rutsche immer runter. Ne, hier ist es. Jetzt. Jetzt seid ihr beide rum. Und, piept da was? Bis jetzt noch nicht. Gibt gar nichts. Nicht mal Mini-Pieps. Ne, hier ist auch alles leer. Leiter hier hoch. So. Ja, liebe Leute. Gar nichts. Wir haben fast alles gefunden. Was noch unter Wasser ist. noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, ein paar Sachen zum Nuten, Eisen und sowas und Schrott und. Das ist Puffi. Und wie viele Löcher habt ihr jetzt schon gefunden? Zwei. Zwei. Also fehlt noch eins. Eins fehlt noch. Dann rüber hier. Juhu. Oh. Karin, da ist noch Puffi. Wahnsinn. Ich hab's gemerkt. Aber ich hab keinen Pfeil und Bogen dabei. Ich auch nicht. Mein Bogen ist Puttegang. Da unten sieht man unser Flows. Nimmt so eine langsam Form an. Ja, liebe Leute. Dann sagen wir erstmal wieder Tschüssi, weil nämlich die Zeit um ist. Vielen lieben Dank an Lane, Karin und Silvi, dass ihr wieder da wart. Dankeschön dafür. Und natürlich ein Dankeschön nochmal an die lieben Leutchen da draußen. Das ist entscheidend. So. Dann haut rein. Bis bald. Und tschüss. Ciao, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.